Diese kleine Exkursion hier, die ist jetzt sowieso gleich vorbei. Ich muss ihn, glaube ich, mal ins Bett. So. Einst war ich ein Pädo wie ihr. Und dann bekam ich ein Gefallen ins Knie. Und dann wurde ich vernünftiger Polizist. Oh. Mit Elfenohren. Aha. Aha, aha. Ja. Ja, ich will ab jetzt für jedes Mal, wenn ich so einen Spruch höre 50 Cent. Ernsthaft? Ja. Boah, ich will auch 50 Cent. Nee. Das heißt, ich werde mich die Nacht lang in Skyrim neben der Wache stellen. Die dann immer schreiben, wie viel du mir jetzt schon schuldest. Tatsächlich. So, Kinderlein. Denn verabschiedet euch mal von den Leuten. Äh, so. Äh, warte. Ich musste grad einen neuen Spruch ausdenken. Warte, warte, warte. Geldgeilen Säcke. Übrigens, auf meiner Twitch-Seite gibt's auch eine Spendenbox. So viel zu dem Thema. So. Ähm, nein, ich verabschiede mich. Äh, ja, vielen Dank, dass ich hier mitmachen durfte. So, mal. Vielleicht macht er jetzt ja öfter mal mit. Ich, ich freu' mir. Ja. So. Ciao, Oreo. Ciao, Chat. Ich bin dann gleich zwangsweise wäsch. Ne. Oreo und übrigens Laser auch noch. Tschüss sagen. Laser ist nämlich hier auch noch dran. Ja. Ach ja, Laser. Ich freu' mich. Ja, das hätte ich bei Skype. Mhm. Ich freu' mich auch dabei gewesen zu sein. Man merkt, ich bin nicht mehr ganz so ruhig. Nein. Weil ich mich ein bisschen dran gewöhnt hab und, ja. Das liegt an uns. Vielleicht hört man sich noch an. Na bestimmt. Ja. Ja. Vielleicht wird aus dir ja auch. Ich bin so leute bewohnt. Jutti, Leute. Dann, äh, haut rein und gute Nacht und, äh, ja, mal sehen. Vielleicht bis morgen. Nein, deine Nachricht hab ich nicht überlesen. Äh, nein, er ist eigentlich privat und ich, äh, lass nur Leute auf die Whitelist. Aber der Server ist nicht mehr so lange. Gut. Und jetzt rede ich wieder fünf Jahre später, mach ich erst einen Stream aus. Also, äh, sag ich mal, gut. Gute Nacht und, äh, bis morgen. Und so. Tschüss. Ciao. Ciao. Ich find' den Knopf grad' nicht. Warte. Jetzt. Du musst sowieso. Jetzt kommt grade noch wer rein. Gucke mal. Ja, da kommt jetzt XIV, der ist von mir. Ja, toll. Jetzt müssen wir warten, bis du beenden kannst, weil wir wieder gelabert haben. Ja, an alle, die jetzt zugeschaltet haben, es tut mir wirklich sehr leid. Ich muss leider ins Bettchen, äh, ich kann ja den Stream laufen lassen, die beiden können ja noch weiter labern, das ist mir ja auch furchtbar. Ja, genau. 24 Stunden dauerlaber-Stream. Ja, genau. Sehr schön. Nein. Wir machen einfach morgen weiter. Vielleicht hat dann ja der XORi auch wieder Zeit. Ähm. Oder du machst jetzt einen Stream. Hm, das kann doch noch her. Auch mal. Jetzt sagt er gar nichts mehr. Was? Ist der Stream noch am Laufen? Ist der Stream off? Nein, der ist noch am Laufen. Ach, der Stream ist doch am Laufen. Sag doch doch. Mensch. Ja, ich krieg das ja nicht mit. Ich seh das ja nicht. Ich mach mal wieder hier an. Mensch. Äh, Fausti, das ist technisch, glaub ich, wenig möglich, da mein PC überhitzt. Wobei, wenn ich den Ventilator, hört man eigentlich den Ventilator, den Ventilator hört man nicht, ne? Weiß ich nicht. Ganz leise höre ich irgendwas im Hintergrund. So ein... Ja. Ja, das ist mein Ventilator. Das kann ich der Community ja nicht antun. Deswegen, ja, ich bekomm jetzt auch Yavis. Yeah. Na gut. Ähm. Jetzt aber. An alle, die jetzt gerade zugeschaltet haben. Äh. Vielleicht sind wir dann morgen ja wieder da. Wenn der XORi auch wieder Lust hat. Sonst bin ich alleine da oder so. Oder wie auch immer. Ich muss morgen Abend ab 19 Uhr arbeiten. Das ist das Problem. Naja. Das gucken wir mal. Ich... Wir kriegen das schon wieder hin. Ja. Näch? So. Alles klar. Dann beenden wir jetzt den Stream, sagen gute Nacht und, äh, bis die Tage dann. Freihinde der Sonne. Das lasst euch nicht finden. Ciao. 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 Ciao.